hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video geht es mal wieder um den smart home deal des abends genauer gesagt geht es heute abend um eine smarte waage und die smarte waage heute abend ist die günstigste die ich je vorgestellt habe ist allerdings ein blitz angebot das heißt nur noch heute abend gültig wenn ihr das video seht nutzt das definitiv aus solange das ding online ist die waage kostet standardmäßig 20 euro heute bekommt ihr sie für 13 euro 59 also knapp unter 14 euro und das ist ganz ganz stark vor allen dingen weil so eine günstige waage mit solchen funktionen wirklich selten ist link zum deal habe ich euch einmal in die infobox gestellt dort gibt es auch noch mal alle technischen details seid wie gesagt nur schnell denn nur heute abend ist der deal verfügbar die one by one personenwaage ist ein komplettes äquivalent zu vielen anderen wagen die wir uns bisher angeschaut haben das branding ist natürlich nichts neues viele hersteller haben multiprodukte mittlerweile online weshalb wir schon sehr sehr schön sehen können welche qualität uns hier erwartet die one by one exportiert 14 fitnessdaten für euch was natürlich extrem schön ist ist auch dass die one by one noch immer mit batterie versorgt wird weil wir gerade in letzter zeit mit dem micro usb smartwagen doch schon arge probleme hatten hier wirklich noch klassisch und vor allen dingen dann vom gesamten layout her sehr sehr schick muss man wirklich sagen was hier wirklich spaß macht ist die kopplung mit der app plattform und zwar wird das ganze über die multiplattform gesteuert das heißt ihr habt hier 14 verschiedene körperdaten die analysiert werden unter anderem natürlich gewicht euer bmi wird ausgerechnet in der app dann körperfettanteil proteinanteil und so weiter und so fort also all das was eine gesunde und wirklich sehr gut konzipierte körperfett waage liefern soll im vergleich natürlich zu medizinischen daten ist das immer etwas distanziert zu sehen wie mit allen smartwagen allerdings gibt auch diese waage hier eine sehr sehr gute richtschnur vor das heißt für jeden der fitness begeistert ist oder einfach ein monitoring über die körperdaten haben möchte optimal geeignet das ding und ebenfalls natürlich super zu pflegen durch die schöne oberfläche hier mit dem glas habt ihr gar kein problem lässt sich unfassbar gut reinigen und natürlich die display anzeige auch schön klar vor allen dingen hier natürlich auch in der direkt anzeige was ebenfalls super gut ist ist natürlich dass ihr hier einmal über die app eure nutzer ohne probleme anlegen können das heißt ihr habt gar keine schwierigkeiten am ende auch ein monitoring durchzuführen was eure gesamten körperdaten betrifft und natürlich habt ihr auch die möglichkeit dann auch die direkte kalibrierung mit unbegrenzten nutzern durchzuführen das heißt wenn mehrere personen die waage nutzen könnt ihr mehrere nutzer in der app anlegen könnt dann einfach den nutzer tauschen wenn sich dann die andere person auf die waage stellen möchte und schon bekommt die andere person auch auf sich zugeschnittene körperdaten was das ganze natürlich noch mal viel viel besser macht wie gesagt für jeden geeignet der gerade auf der suche nach einer smarten waage ist seid da nur schnell denn heute wie gesagt anstelle von 20 euro im angebot im deal des abends für 13 euro 59 link in der infobox dort auch noch mal alle technischen details für euch wenn ihr fragen zur smarten waage habt gerne einfach alles in die kommentare schreiben ich versuche natürlich wie immer alles so schnell wie möglich für euch zu beantworten dass ihr noch rechtzeitig diesen deal wahrnehmen könnt bis dahin hoffe ich natürlich das video hat euch gefallen würde mich unfassbar freuen wenn dem so ist wenn ihr dem video einen daumen hoch da lasst gerne auch ein abo da lassen dann seid ihr immer auf dem aktuellsten stand bis dann wünsche ich euch alles alles gute passt gut auf euch auf bleibt gesund und bleibt smart macht's gut leute bis zum nächsten video ciao